Mein Name ist Christian Kleiber. Ich bin Teamleiter der Planungsabteilung. Wir planen Handelsimmobilien von der ersten Skizze an über Entwurfsplanung, Ausführungsplanung bis hin zur Genehmigungsplanung. Was ich sehr wichtig finde, dass unsere Kunden, die später in die Gebäude gehen und dort einkaufen, dass die zufrieden sind und vor allen Dingen auch immer wieder kommen. Am meisten an meiner Arbeit schätze ich, dass viel von den Projekten, die wir planen, auch umgesetzt werden. Also man sieht dann das Ergebnis, was am Ende dabei rauskommt und das ist sehr befriedigend. Um bei uns zu arbeiten, sollte man studiert haben, am besten Architektur, ist aber nicht unbedingt Voraussetzung. Man kann auch gelernter Bauzeichner sein oder auch Bauingenieur, wenn man dann auch für Architektur sich interessiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017